50 Jahre sind eine lange Zeit, denken wir an die Entwicklung nicht nur der Presse, sondern vor allem auch der elektronischen Medien und der ganzen digitalen Welt. Warum, Michael Haller, herzlich willkommen in Basel, warum soll man diesen Klassiker des damals 32-jährigen Habermas mit einem Titel, der gut klingt und den fast jeder Provinzpolitiker heute brauchen könnte, warum soll man ihn erneut lesen? Weil Jürgen Habermas damals etwas aufgeschrieben hat, was seither, zeitlos könnte man fast schon sagen, aktuell geblieben ist. Und das ist der Gedanke, dass das Publikum, also er meint damit sowohl den Staatsbürger als auch den sozusagen privaten Bürger, also der Bürger der bürgerlichen Gesellschaft, dass sich das Publikum darüber, wie es zusammenleben möchte, wie es seine Gesellschaft organisiert, gestaltet, weiterentwickelt, dass es sich darüber selbstverständigen könne. Also dieser Gedanke der gesellschaftlichen Selbstverständigung, das war das damals prickelnde, aufregende, für uns auch damals sehr faszinierende und das ist heute genauso aktuell wie seinerzeit. Wenn wir uns jetzt versuchen, was ist denn eigentlich Öffentlichkeit, das jetzt eben nicht nur landläufig, sondern auch eben im Sinne, wie Habermas dann sich diesem Begriff annähert, ihn herleitet und was ist das Neue daran in der Diskussion? Also was er damals versucht hat, war den Begriff der Öffentlichkeit historisch herzuleiten, aus der Geschichte der Moderne, aus der Geschichte, die natürlich in England begann, die Ende des 17. Jahrhunderts, Glorious Revolution, Ansätze der Demokratisierung der Gesellschaft und der Herausbildung eben einer Öffentlichkeit, die damals noch anders beschrieben wurde, die gab andere Begriffe dafür, so etwas wie Public Spirit etwa. Aber damit war schon deutlich geworden, dass der sich mündig fühlende, vielleicht auch tatsächlich mündige Bürger, ein Mitsprache, ein Mitgestaltungsrecht für sich in Anspruch bei allen staatspolitisch relevanten Fragen.